Zum Beispiel gibt es auch Filmmaterial von Satchitananda, den ich vor vier Jahren getroffen habe, um ihn zu interviewen. Und dann hat er einen starken Schlaganfall bekommen. Und seine körperliche Stärke hat sich extrem verändert. Und wir sehen im Film, wie er recht zerbrechlich aussieht. Aber das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe, und er hat vor kurzem seinen Körper verlassen, also ist das das letzte Mal gewesen, dass wir ihn gesehen haben. Da hat er mir am Abend erlaubt, in sein privates Zimmer zu kommen und dieses Treffen zu filmen. Und bei dieser Begegnung ist viel Zeit damit vergangen, dass wir einfach zusammensaßen und Hand gehalten haben. Und ich bin immer sehr berührt davon gewesen, dass wir so lange Zeit zusammensitzen konnten, einfach uns an den Händen halten, und ich konnte einfach nur seine Liebe spüren. Und da er diesen Schlaganfall gehabt hatte, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich ihn groß in ein Gespräch verwickeln möchte. Und dann kam ein Moment, wo sein Assistent sagte, ihr müsst jetzt gehen, denn jetzt wird er zu Abend essen. Und dann kamen plötzlich die Worte aus meinem Mund. Könnten wir hierbleiben und filmen, wie du zu Abend isst? Und ich glaube, er war recht überrascht. Und dann hat er Ja gesagt. Und jetzt haben wir dieses wunderschöne Filmmaterial, das ca. 30 Minuten lang ist, wie er Abend isst. Und ich würde sagen, das ist das spirituellste Stück Film, das ich jemals gesehen habe. Denn in dem Film sieht man zwei wunderbare Frauen, die ein Tablett mit Essen für ihn bringen. Jede kleine Tasse ist reines Silber. Er trägt sehr einfache, orangischfarbene Kleider. Sie haben ihm so eine kleine Serviette oder ein Lätzchen umgehängt, damit er essen kann. Er hat einen Silberlöffel bekommen. Und dann haben sie ihm geholfen, damit er ein bisschen essen kann. Und dort zu sein und Teil davon ist jenseits von Worten. Ich war so tief berührt. Und das war einfach so schön. Und da war so viel Liebe zwischen diesen beiden Frauen und diesem schönen alten Mann. Ich würde sagen, das war tausend Lehren wert. Denn am Ende, worum geht es denn eigentlich? Und diese Momente, wo eine solche Begegnung stattgefunden hat, manchmal zwischen mir und dem Meister oder ich war Zeuge von einer solchen Begegnung, von dem Meister mit einem anderen Menschen. Das waren die schönsten Momente. Zum Beispiel habe ich ein paar Tage bei Marshoris verbracht. Das wird ein paar Monate gewesen sein, bevor sie verstorben ist. Jeden Morgen gegen sieben Hat sie gesessen und es war ein kleiner Tisch vor ihr aufgebaut. Und dann haben ihre Assistenten alle Puja-Gefäße gebracht. Und dann hatte sie frische Blumen aus dem Garten. Und dann hat sie dort gesessen und hat diese Blumen in die Vasen verteilt. Und sie war völlig präsent. Das war völlig berührend. Also ich bin Zeuge von vielen solcher schönen Momenten gewesen. Jetzt fällt mir noch ein anderer schöner Moment mit Satchit Ananda ein. Und da war ich auf einem Spaziergang mit ihm durch den Ashram. Und er war sehr schwach. Das war noch vor seinem Schlaganfall. Und dann hat er mich zu den Kuhstellen geführt. Sie haben dort ihre eigenen Kühe und machen selber Milch und Käse. Und er hat mich da so durch den Ashram geführt und wir haben Zeit bei den Kühen verbracht. Und wir haben nicht wirklich gesprochen. Aber während dieses ganzen Spaziergangs habe ich seine liebende Unterstützung gefühlt. Und das war vielleicht nur ein, zwei Monate bevor ich das erste Mal nach Europa kam. Das war vor fünf Jahren. Also persönlich habe ich das Gefühl, dass diese schönen Momente für mich riesige Geschenke waren. Und doch gibt es irgendwie nichts zu sagen. Und ganz sicher fühlt sich nichts davon persönlich an. Bist du Menschen begegnet, bei denen du unsicher warst, ob die wirklich authentisch sind? Did you also meet people where you were not so sure if they are really authentic? Well, yeah, it's interesting you ask that question. Das ist interessant, dass du diese Frage stellst. Because there is one person who is now in the film and in the book. Denn es gibt da einen Menschen, der im Film und im Buch ist. Und als das Interview zu Ende war, da habe ich zu mir selbst gesagt, also das werde ich aber nicht in dem Buch verwenden. Aber später haben wir uns dieses Interview noch mal angesehen. Und andere Menschen, die mir geholfen haben bei diesem Projekt, haben gesagt, dass sie dieses Interview sehr hilfreich finden. Und da habe ich dann festgestellt, dass es irgendetwas Persönliches gibt, was ich an dieser Person nicht so richtig mochte. Und als ich das gesehen hatte, habe ich dann gesagt, okay, dann verwenden wir gerne das Interview in dem Buch. Aber dass ich bei einem Meister gewesen bin, den ich dann doch nicht authentisch empfunden habe, das ist nicht passiert. Seitdem das Buch und der Film veröffentlicht sind, habe ich ein bisschen Gerüchte über verschiedene Meister gehört. Und dann steht ein bisschen sowas dahinter, wie ich hätte sie nicht in das Buch aufnehmen sollen. Aber das ist mir nicht wirklich wichtig. Es ist sehr leicht, Gerüchte zu verbreiten. Und ich weiß nicht, wie man solche Gerüchte wirklich beurteilen soll. Und wahrscheinlich ist keiner dieser Meister 100% koscher. Also wenn man jemandem wirklich sehr nahe kommt, wird sich immer zeigen, dass jemand nicht perfekt ist. Also ich bin bereit, die Sachen so stehen zu lassen, wie sie halt jetzt entstanden sind. Und ich fühle mich auf, dass ich eine Plattform für all diese verschiedenen Menschen zu bevielfühlen bin, zu bevielfühlen, zu bevielfühlen in die Welt. Und ich bin sehr berührt, dass ich diese Plattform bieten konnte, um diese Menschen verfügbar zu machen, denn sie sind ja so bereit, sich der Welt zu zeigen. Und ich bin auch so in der E-Mail gefragt worden, ob ich jemandem als den besten Meister empfehlen könnte. Aber ganz offensichtlich möchte ich das nicht machen. Ich könnte sagen, sie alle sind die Besten. Kannst du noch was dazu sagen, wie sich das entwickelt hat, wie du von einem zum anderen gekommen bist? Ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, wenn ich in Indien wäre. Ich wüsste erst mal gar nicht, wo ich hingehen sollte. Could you tell a little bit more, how this did happen, that you came from one master to the other? Because if I imagine, that I would come to India and didn't know anybody, I can hardly imagine, how this could happen. Also begonnen hat das damit, dass ich ein Jahr in Thiruvanamalai verbracht habe, also in einem persönlichen Retreat. Und während ich dort war, habe ich ein paar interessante Menschen getroffen. Und in den Gesprächen mit diesen Menschen, haben sie mir verschiedene Meister vorgeschlagen. Und auch ist es so, dass sehr viele Meister dort hinkommen, auch vielleicht noch auf einen kurzen Besuch. Es gab dort also sehr viele Möglichkeiten. Es gab auch Meister, die nicht interviewt werden wollten. Welche Bedeutung hat für dich der Berg dort, der Arunachala in Thiruvanamalai? Welche meaning hat dir das Arunachala für dich? Ich weiß nicht wirklich. Ich meine, I came to this mountain through my connection with Ramana Maharshi. Also meine Verbindung zu Ramana hat mich zu diesem Berg geführt. Aber natürlich ist Ramana Maharshi dort nicht mehr in seinem Körper. Und er hat immer gesagt, dass sein Meister dieser Berg war. Ich bin keine besonders esoterische Person. Aber wie ich so die letzten neun oder zehn Jahre jedes Mal an diesem Berg gewesen bin, kann ich sagen, dieser Berg hat eine gewisse Kraft. Und diese Kraft kann ich auch spüren, wenn ich dort bin. Und es ist fast so, als ob ich jedes Jahr dorthin gehe und mich tief vor diesem Berg verneige. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber dieser Platz dort ist sehr kraftvoll. Viele interessante spirituelle Menschen halten sich dort auf. Und diese Wirkung hat dieser Berg schon seit 2000 Jahren, wahrscheinlich sogar länger. Die traditionellen Inder sagen, die traditionellen Inder sagen, dass dieser Berg das Herzchakra des Planeten ist. Und sie nennen ihn Shiva. Also nicht wie der Berg Kailash, das ist das Zuhause von Shiva. Und Aronachala ist supposed to be really Shiva. Sondern der Aronachala soll wirklich Shiva selbst sein. Und es scheint keinen Zweifel zu geben, dass dort eine gewisse Kraft, eine Macht ist. Von Ramana Mahaschi wird überliefert, dass er gesagt hat, dass jeder, der einmal diesen Berg gesehen hat, selbst Realisation erfahren wird. Da ich ja einen westlichen Verstand habe, kann ich diese Kraft, diese Energie schon irgendwie verstehen, als die Ansammlung, die Steigerung von all dieser Energie, die Menschen dorthin gebracht haben. Thousands, millions, tens of millions of people have come to this mountain, bringing a certain intention. Tausende, Millionen von Menschen sind zu diesem Berg gekommen mit einer gewissen Intention, einem Wunsch. Zum Beispiel ist ja jeden Monat in der Vollmondnacht von circa 17 Uhr am Nachmittag bis morgens um fünf Das sind mehr als eine Million Menschen, die dort um diesen Berg herum gehen. Und die meisten sind barfuß, smartly dressed, or cleanly dressed, I could say, cleanly dressed, die sind sauber gekleidet, und die meisten gehen in Stille. A great mass of humanity circumferencing the mountain. Also eine große Menge der Menschheit geht dort um diesen Berg herum. Just ordinary people. Und das sind ganz einfache Menschen. So it has some kind of power. Also dieser Berg hat eine gewisse Energie. Und vielleicht kommt ein Teil dieser Kraft daher, dass all diese Menschen ihre Intention dorthin tragen. In den Projekt Facetten der Wahrheit geht es ja um indische Meister. So in this project, Lupin's for Awakening, it is about Indian Masters. Und du arbeitest auch an einem Projekt mit westlichen Meistern. And you are also working on a project about western masters. Ist es mehr zufällig, diese Unterscheidung auf der einen Seite indische Meister und auf der anderen Seite westliche Meister? Oder gibt es da irgendeinen speziellen Unterschied? Is it more by chance that there is this separation into Indian or western masters? Or what is the reason for this? Well, it started with Indian Masters. I had no plan about western masters. Naja, das Ganze hat halt mit indischen Meistern angefangen. Damals hatte ich noch keinen Plan, etwas mit westlichen Meistern zu machen. Und irgendwie hat sich dann so ein Fluss ergeben, diese Fragen auf westlichen Meistern zu stellen. Da habe ich nicht viel drüber nachgedacht. Eigentlich habe ich sogar genug westliche Meister schon interviewt, um ein Buch zu machen. Und jetzt stehe ich jetzt einer gewissen Schwierigkeit gegenüber. Weil es ja so viele westliche Meister gibt, die ich kontaktieren könnte. Es gibt ja auch Meister des Zen, Sufi Meister, Tibetan Buddhist Meister, Tibetische Meister des Buddhismus. Das sieht ja fast so aus, als hätte ich jetzt noch eine ganze Lebensarbeit vor mir. Und da kam auch die Idee auf, dass ich vielleicht die westlichen Meister in männliche und weibliche aufteile. Vielleicht mache ich auch erstmal Band 1 und schaue später, ob noch ein Band 2 entsteht. Vielleicht verliere ich auch Interesse daran, all diese Menschen zu treffen. Ich habe nicht wirklich einen Plan. Wie ist die materielle Seite dieses Projektes passiert? Weil es steckt ja auch viel Geld da drin. Ist es einfach geflossen? So, how did the material side of this project happen? I mean, there is a lot of money in this. Did this simply flow? Well, actually there isn't really a lot of money in it. Also tatsächlich steckt da nicht so viel Geld drin. There's a lot of hard work in it. Ich würde mal sagen, es steckt sehr viel harte Arbeit drin. And most of, well, a lot of that hard work is my own hard work. Und viel von dieser Arbeit ist meine eigene gewesen. But in the last year or two I've had a wonderful support from the people living in the Open Sky House community. Aber in den letzten zwei Jahren habe ich wunderbare Unterstützung bekommen von den Menschen, die in der Open Sky House Community leben. So, for example, Dishana has edited the film. Zum Beispiel hat Dishana den Film geschnitten. She worked on it every day for nine months. Sie hat neun Monate lang jeden Tag an diesem Film gearbeitet. I guess that I would have that would have costed 20.000 Euro. Und ich würde mal raten, dass sowas normalerweise 20.000 Euro kostet. Und sie hat das umsonst gemacht. So, in one way you could say there's a lot of money invested in it, but in fact it's a lot of love invested in it. Man könnte zwar sagen, dass da viel Geld reingeflossen ist, aber tatsächlich ist da viel Liebe hineingeflossen. Und wir sind nie wirklich von Geld motiviert gewesen. Das Geld, das wir gebraucht haben, um die Bücher zu drucken und die DVD zu produzieren und auch sowas wie Videokameras zu kaufen, ist aus dem Geld gekommen, das im Bereich Satsang eingenommen wurde. In fact, all the money that comes from Satsang goes into the production of the books, you know. So, you can say that it's like a flow, you know. The money that comes in from Satsang is also going out to produce new books or this film or other films. Man könnte sagen, dass das ganze Geld, das beim Satsang hereinkommt, wiederfließt in andere Satsang-Projekte in sowas wie dieses Buch oder diesen Film. und hier in diesem schönen alten Haus haben wir ja diese Gemeinschaft und in den zweieinhalb Jahren, die wir jetzt hier zusammenleben, haben wir im Haus ein paar Geschäftszweige entwickelt. Wir haben ein Gästezimmer zu vermieten. Wir haben Seminarräume zu vermieten. Wir haben diesen Verlag für die Bücher. Wir haben eine Kunstgalerie. Und aus diesen Geschäften entsteht mittlerweile ein Einkommen. Und das erlaubt den Bewohnern hier, dass sie an einem solchen Projekt arbeiten können. Und so in another way you could say that the community and the community businesses are also supporting these kind of projects. Man könnte also sagen, dass die ganze Gemeinschaft und diese kleinen Geschäftszweige, die wir hier entwickelt haben, diese ganzen Projekte unterstützen. Das Ganze war einfach nie geplant. Es ist irgendwie wunderschön geschehen. Möchtest du noch was zu dem Filmprojekt sagen? Would you like to say something more about the film, about the book? I think a personal angle is that I got an unexpected message to make this film Also so eine persönliche Sichtweise ist, ist, dass ich diese unerwartete Botschaft bekommen habe, diesen Film zu machen. And I see the book supporting the film. Und es sieht für mich mehr so aus, als ob das Buch den Film unterstützt. And when we started to distribute this project, Also als wir angefangen haben, dieses Projekt zu vertreiben, I told our book distributors, habe ich den Leuten, die damit beschäftigt sind, gesagt, that they should sell at least one film for two books. Dass sie versuchen sollen, für zwei Bücher auch einen Film mitzuverkaufen. And I wasn't open to sell just the books. Und ich war nicht dafür offen, dass wir nur die Bücher verkaufen. And they told me, oh well that's impossible. Und sie haben dann aber gesagt, naja, das ist doch unmöglich. Wieso das denn geht? But actually that's what's happening. Aber genau so ist wie das. The bookshops who deal directly and the bigger distributors who are distributing in America and in Europe, they are in fact buying roughly at least one film for every two books. Aber tatsächlich passiert das so. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kaufen sowohl die deutschen als auch internationalen Buchhandlungen und auch Händler und Internetseiten halb so viele Filme wie Bücher. Ja, ich danke dir sehr für dieses Interview. Thank you very much for this interview. Ja, thank you for being such a nice interviewer. Ja, danke, dass du so ein schönes Interview gemacht hast. Ja. Danke dir für die schöne Übersetzung. Vielen Dank. Vielen Dank.